Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbamer von der Firma Eschbamer Forst & Gartentechnik und ich möchte euch heute ganz herzlich einladen zum Produkttest und zwar den neuen Tiger Flash Cutter. Das ist ein spezieller Fadenmähkopf, der wird einfach festgeschraubt mit der Mutter, wo beim Freischneider dabei ist. Ihr braucht einen Freischneider, der ein Getriebe hat. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Von der Leistung her gibt es verschiedene Fäden, ausgerüstet zum Testen ist er jetzt mit den mittelgroßen, also mit den Flügeln. Das ist so ein Zwischending zwischen Messer und Schnur. Der ist elastisch, also man kann verbiegen, ist beweglich aufgehängt, also wenn es an ein Hindernis hinmacht, klappt er automatisch weg, hat den großen Vorteil, dadurch habt ihr nicht so einen Verschleiß wie beim Messer, wenn es wo reinkracht, sondern beschädigt es recht. Ihr habt aber eine wesentlich höhere Schnittleistung als wie beispielsweise beim Mähfaden. Das wird einfach bloß eingesetzt, Adapterscheiben sind dabei, verdreht mit dem Schrammzeuger gescheit festgezogen und dann könnt ihr eigentlich loslegen. Das Schöne an dem Gerät oder den Kopf besser gesagt, ihr habt einen partizierten Schnellverschluss, ihr braucht bloß hier ziehen, drehen, dann rastet er ein, dann könnt ihr die Fäden rausnehmen, reduzieren auf zwei oder halt auswechseln, wenn sie verschlissen sind. Geht also wirklich ganz einfach, ein Handgriff, dann sind die ausgewechselt, braucht man bloß wieder verdrehen, schnappt wieder automatisch fertig und schon ist der Einsatzbereich. Ihr könnt jetzt den kostenlos testen, müsst ihr euch bloß bewerben. Die besten Bewerbungen gewinnen natürlich, kann ich euch anbieten, ihr könnt es auch normal kaufen natürlich. Wir verlinken nach dem Video einmal die Testaktion und einmal auch wo man kaufen kann und auch wo man die Ersatzflügel herkriegt. Wenn es euch gefallen hat, macht es ihr gefällt mir, liked es mir, abonniert es mich, schaut euch die Videos so zu dem, wie wir mit dem Flashcutter mähen, also der hat wirklich brutale Leistung. Danke für die Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.